Zurück zur Globus-Manufaktur. Dort kommt jetzt die sogenannte Handkaschiererin ins Spiel. Mona Mwani ist eine von ganz wenigen Frauen in Europa, die diese Disziplin noch beherrschen. Mit der Hand die Falten auf der Kugel wegkaschieren. Mit dem Klimm-Tapeten-Kleister hat Mona das Papier dehnbar gemacht. Jetzt wird sie es damit auch auf der Kugel fixieren. In der Regel dauert es zwei Jahre, bis eine Handkaschiererin gelernt hat, wie man die Glaskugel faltenfrei mit der Weltkarte bezieht. Deshalb wird hier die Tradition der Manufaktur auch gewarnt. Mit dem letzten Segment ist der Globus aber noch lange nicht fertig. Bei Licht betrachtet fällt auf, die Zuschneiderin hat immer auf einer Seite jedes Segment ganz einen halben Zentimeter überangelassen. Doch das Papier wäre noch viel zu empfindlich. Ein Yachtlack bringt Haltbarkeit und Glanz. » » La France hat eine superficie von 674 842 km² und seine Bevölkerung hat 65,4 Millionen d'habitants. Plus de 70% der Bevölkerung ist urbanisiert und 17% regroupiert in der Parisien. Die Hauptstadt sind die Hauptstadt, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux und Nice. Le sommet le plus élevé est le Mont Blanc avec 4807 m. Les principales langues parlées sont le français et les langues régionales. La monnaie est l'euro. Le Kenya couvre une superficie de 580 367 km² et il est traversé dans sa partie centrale par l'équateur. Son point culminant est le Mont Kenya avec 5199 m. La population s'élève à 38,6 millions d'habitants. Les villes principales sont la capitale Nairobi ainsi que Mombasa et Kissumu. Les principales langues parlées sont le Swahili, l'anglais et les langues locales. La monnaie est le Shilling Kenyan.